Hey Leute, ich bin's mal wieder, der SwissPro. Und hier habe ich einen ganz normalen Account. Und ich habe mir gedacht, ich mache sowas wie ein Road to Commando oder wie man das nennen will. Und ja, brauche ich auch schon das hier. Das ist der erste Kauf, den ich tätige mit dem Account. Ich hoffe, ihr mögt diese Serie. Da zocke ich mich einfach mit diesem Account hier hoch in MC4. Hier, vielleicht mache ich dann auch eine neue Serie, wenn ich genug weit bin. So Prestige 2 oder so, wo ich dann irgendwie nur noch mit Sniper mache oder Revolver hält, dass ich nur Revolver mache oder weiß noch nicht. Einfach irgendwie sowas. Und hier gerade Kriegskunst auf alle Arme. Das ist ja mal nice. Wenn ihr euch fragt, warum ich den Clantag so reingemacht habe, dann kann ich das sehr wohl beantworten. Das war, weil es nicht anders ging. Weil der SwissPro zum Beispiel, der Account wurde gebannt. Und die Null anstatt dem O ist nur, weil das Evil SwissPro normal... So, ach, erster Kill. So. Ich bin der Pro. So, ich werde alles Material, was ich hier spiele, ich werde alles hier aufnehmen und das Material dann hochladen. Ja. Dann werdet ihr sehen, wie schwer es ist, oder wie schwer es doch ist, den Account hochzuzocken. Aber die Lobby ist voll okay, habe ich so das Gefühl. Sind zwar alle mit Prestige außer einem und mir hier, aber scheint mir okay zu sein. Spielen wir mal hier munter weiter. So, Hundestage, Menschenjagd. Das ist ein nicer Spielmodus und die Map ist so zum Snipen einer meiner Lieblingsmaps. Zu nicken? Hey, nick mir zu. Was soll das? Du Arschloch. Mir nicht zunicken. So, hoffentlich kommt da einer raus. So. Kill Nummer 1 von mir. Ich hoffe, ich schaffe hier noch ein bisschen mehr. Oh. Die sind schon da. Ich habe natürlich Vorkenntnisse, weil ich schon ein Account auf Prestige 15 gezockt habe. Ja. Was für Lags. Das geht ja gar nicht. Ja. Dass der Feind die Flagge hat, merke ich. Tut mir leid, wenn ich hier assaulten muss. Ich habe die Fahne. So. Es gibt nämlich noch XP. Ach, nice. Aufklärungsschütze. Hör doch auf. Ein Rang 2er, finde ich auch unterdessen. Ja, jetzt kommen die Prestige-Freien rein, finde ich geil. Später wird es sicher geil zum Snipen auf dem Account und zum Vieh zu spielen, weil ohne Prestige einfach viel geilere Gegner da sind. Alter, der hat sich eine Drohne gekauft, wie schlimm ist denn das? Ich bin trotzdem Team Bester, die Drohne muss man natürlich ausweichen. So, der weiche ich schnell aus über diesen Laufweg und jetzt holen wir uns den Noob. Kopfschuss, was für ein Versager, Sharptech hat er gespielt, ein typisches Arschloch. Komm her, wie war das, von wo vor allem, von wo, turn down for what? Alter! Das ist nicht im sein Ernst. Prestige 15 und bringt sich selber um und spielt Thor. Das ist nicht sein Ernst. Solche Leute hasse ich. Compact. Okay. Wenn die scheiße ist. Alter. Der Noob. Der macht mir meine KD kaputt. So ein Arschloch. Solche Leute, ich könnte ausrasten. Die sollte man töten. Das war im Real Life. Hilfe Hilfe. Alter! Du Noob. Hör mal auf. Ich glaub nach dem Spiel geh ich aus der Lobby. Aber Rage quitt jetzt im ersten Part noch nicht. So. Ja klar haben wir die Führung genommen. Alter! Hör auf mit dem Kamatwäcker. Ich glaub ich mach mal Knife Run. Um den einfach dreckig zu provozieren. Es geht ja mehr auch um die KD als ums Leveln. Na klar, wenn die einen Granatwerfer haben. Wer wundert sich da? We have the flag. Protected. Ach, das wollte ich. Alter. Scheiß Noob. Verrecker. Junge. Schlimmstes Arschloch ever. Jetzt haben wir auch ne Aufklärung. Jetzt noch ne Bodenmine. Alter! Der ist zu Nubi. Der hat gehackt, hab ich so das Gefühl. So scheiße wie der spielt. Junge. Was ein Arschloch. Was ein Arschloch. Da ist er noch. Da ist er noch. Oh, der ist unten. Da ist er noch. Oh, der ist unten. Da ist ein Arschloch. Da ist ein Arschloch. Ich glaube, wir haben 600 EP gesammelt. Noch keine KD. Das Spiel hat nicht gezählt. Glück gehabt. Ich hoffe euch hat der Part gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Haut da rein. Und schaut beim nächsten Mal wieder. Ciao.